Ja Leute, was geht ab? Hier ist der Zuckermas von Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja Leute, wenn ihr das Video eben von AnonCity gesehen habt, dort habe ich gesagt, dass ein Informationsvideo heute noch online kommt über die Livestreams. Denn dort will ich euch gerne was berichten, was jetzt Phase oder neu für mich ist. Und das geht jetzt eigentlich nur für die Leute, die gerne auf YouTube meine Livestreams gucken. Für die Leute, die auch gerne auf Twitch gucken, die interessieren das jetzt eigentlich weniger, aber mehr für die YouTuber. YouTuber, genau. Für die Leute, die gerne YouTube-Videos, YouTube-Livestreams schauen bei mir. Und zwar, ja danke dafür auf jeden Fall mit WhatsApp, dankeschön. Für die Leute, ich werde jetzt nur noch auf Twitch wirklich Livestreamen. Ich habe ja letztens, also schon vor ein paar Monaten angefangen, habe ich ja gesagt, okay, ich mache wieder Streams auf YouTube und Twitch. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ich werde jetzt nur noch auf Twitch Livestreamen, denn ich habe langsam keinen Bock mehr auf YouTube zu streamen, da ich YouTube, ähm, ja, wegen den ganzen scheiß urheberrechtlichen geschützten Scheißdinger, keine Ahnung, ey. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Jedes Video wird dann, äh, gesperrt von mir und so, wenn ich mal einmal ganz kurz Musik oder im Spiel Musik ablaufen lasse. Und das ist einfach scheiße und YouTube ist ja eigentlich schon eine Plattform für Videos hochladen. Die haben ja einfach nur das Livestream hinzugefügt, aber, ja, ich finde es schon eine geile Sache. Aber, bis sie das nicht geregelt haben mit dieser Kack-urheberrechtlichen Kack-Dinger da, werde ich jetzt nur noch auf Twitch Livestreamen und, ähm, nicht heulen, Leute, denn Twitch ist eine kostenlose Plattform. Der Link ist auch dazu in der Videobeschreibung. Einfach auf Twitch gehen zum Beispiel, hier, ähm, YC Zockermaster in die Suchleiste eingeben. Dort bin ich dann. Und dann klickt ihr einfach drauf und dann seid ihr hier auf meiner Startseite. Und, ähm, wie ihr euch jetzt registriert, kann ich euch auch gerne mal zeigen. Einfach hier oben links, äh, oben rechts meine ich auf Registrieren klicken. Ähm, ja, was, äh, Richard 2, keine Ahnung, einfach so. So, das Passwort ist jetzt mal, keine Ahnung, ich mach einfach irgendwas, Leute, Geburtstag, ding ding, ding, 1980, keine Ahnung. Ähm, und, ähm, die E-Mail dort mach ich ganz kurz in Cut, denn die sollt ihr jetzt nicht sehen. Bis gleich. So, Leute, jetzt habe ich den Account erstellt. Einfach E-Mail-Adresse eingeben. Und, äh, wenn ihr den Account weiterhin haben wollt, müsst ihr die E-Mail bestätigen noch. Aber eigentlich muss man das nicht machen, wenn man nur zugucken will. Deswegen einfach so lassen. Und, ähm, ja, wenn ihr einen Account habt, zum Beispiel jetzt ich, Richard, ihr seid auf meiner Seite. Einfach hier auf Folgen klicken und dann werdet ihr auch hier, wenn ihr aktualisiert, ähm, links wird dann angezeigt. Websitekanäle, den du folgst, YouTube Zockermaster, den folgst du. Und, äh, wenn ich live bin, werde ich hier angezeigt, dass ich live bin. Ihr werdet auch hier oben eine Benachrichtigung bekommen. Und, ähm, das ist auf jeden Fall nice und da verpasst ihr halt überhaupt keine Livestreams von mir. Twitch ist halt meine Lieblingsplattform für Streaming und das ist halt mein, auch mein, mein Baby. Mann, scheiß WhatsApp. Ernsthaft? Ich mach das gleich wieder stumm. Warum? Tut mir leid, wenn ihr das hört. Und, ähm, kostet nix. Einfach nur kostenlos vollern. Ihr könnt gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt's hier einen Abonnier-Button. Den kostet aber Geld mit 5 Euro pro Monat. Oder ihr habt Twitch Prime. Wenn ihr Twitch Prime habt, könnt ihr kostenlos ein Abo bei mir starten, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das kostet kein Geld. Einfach kostenlos abonnieren pro Monat, wenn ihr Twitch Prime habt. Weil die sind hier gepartnert, Twitch und Amazon. Und das find ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, mehr hab ich auch eingestatzt und nichts zu sagen. Ich wollte euch einfach nur sagen, dass auf YouTube jetzt keine Livestreams kommen, weil ich will gerne mal Musik abspielen, die mir gefällt. Nicht immer so Kackmusik, die extra keine urheberrechtlichen, geschützten Sachen haben. Boah, Digga. Ja, es fuckt mich einfach ab und es tut mir halt leid für die Leute auf YouTube. Aber Twitch ist ja auch da. Einfach rüber, einfach einen Account kostenlos erstellen, kostenlos vollern. Und dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Ihr müsst halt ab und zu mal dann einfach auf Twitch schauen, ob ich live bin. Weil Benachrichtigungen kann man jetzt eigentlich hier generell nicht einstellen so genau. Aber sonst, ja, eigentlich sieht man das schnell. Weil ich hab das auch einfach hier immer oben, hier einfach rechtsklick drauf anheften. Dann habt ihr das immer in der Taskleiste oben. Wenn ihr das jetzt schließt, habt ihr es immer noch oben. Und das find ich halt ne coole Sache. Könnt ihr auch gerne machen. Dann habt ihr das immer bei euch in der Taskleiste. Könnt ihr direkt immer draufklicken. Ah, okay, der Zocker macht das live. Schau euch gerne mal vorbei. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rüberkommt. Denn ihr seid die geilste Community auf YouTube. Und ich will die gerne auf Twitch haben auch, wenn ihr Lust habt. Müsst nicht. Aber ich wollte euch das einfach nur sagen, dass ich jetzt nicht mehr auf YouTube streame. Erst mal ne Zeit. Denn man weiß ja nie, was passiert mit YouTube. Aber Twitch bleibt halt mein Baby auch. Und YouTube bleibt mein Baby für Videos hochladen. Und das ist jetzt meine Stringing-Plattform. Und dort will ich auch bleiben mit meinem Netzwerk. Und das ist auf jeden Fall nice. Wollte ich einfach euch nur sagen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like. Da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von bla 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 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.